Musik Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS15 Conquest Hier, das sind so die letzten Folgen auf dieser Map, bevor wir sie wechseln Da könnt ihr schon mal gespannt sein, welche Map es denn sein wird, die wir dann ausgewählt haben Die ich auserwählt habe, die ihr auserwählt habt Da konntet ihr abstimmen Habe ich groß auf Facebook angekündigt, deswegen Facebook-Fans wissen mehr Und im Forum ebenfalls So Und gleich haben wir schon wieder den Tank voll und das ist gar nicht gut Und da überlege ich ernsthaft, wie wir das dann in Zukunft dann haben Wir kommen ja immer jetzt eine Runde hin, ohne dass der Tank voll ist Ich wollte ja gerne versuchen, den Abfahrer zu rufen, aber das geht nicht Haben wir eben schon gesehen Ähm, und der hat sich auch wieder festgefahren, das bebe ich mal eben So, einfach mal entlassen Wo hängt denn der? Das war jetzt echt komisch Hä? An einem Baum Baum ist ja nicht immer mittendrin Ein Baum, der einfach ein Baum mittendrin Ähm Wo es dann halt nicht funktioniert Naja Ja, wir liegen also Das ist wieder so ein bisschen, was ich jetzt noch erzählen wollte kurz mal Das ist jetzt wieder so ein bisschen das Phänomen, was wir auch früher schon mal hatten Je mehr Felder wir haben und je mehr Maschinen, desto stressiger wird das am Ende Und das ist eigentlich so gar nicht das, was wir eigentlich möchten hier Habe ich so den Eindruck Weil Du springst dann halt viel zu viel hin und her Und dann gibt es wirklich Leute Ich meine, das ist nicht böse, aber die sagen das dann ja auch so Die dann nicht mal mitkommen Denen das zu schnell wird Die das nicht mehr erfassen können, was wir da alles gerade machen Und deswegen würde ich das eigentlich gerne nicht so groß halten Oder nicht so Weißt du? So, außerdem muss der hier abfahren Deswegen hat er Probleme Und dann helfen wir ihm mal, seinen Kurs zum Abfahren zu finden Gucken wir mal Nee Nee Aber so schwer sollte das ja eigentlich jetzt nicht sein, für ihn das zu finden Das sieht schon besser aus Gucken wir mal Gut Rüben, was ist denn da los? Ist der voll? Nee Der ist voll stehen geblieben Den hier müssen wir leer machen Der ist fertig Yes, der ist fertig Da kann er dem anderen helfen Dann können wir den Abfahrer umprogrammieren Auf das andere Feld Sehr gut Beziehungsweise das können wir dann selber machen Wahrscheinlich Schauen wir mal Ganz so viel hin und her fahr Hektik wollen wir ja nicht So Also der Klaas hat uns auf jeden Fall schon sehr gute Dienste geleistet Keine Frage Muss ich fragen, ob er den Drescher jetzt auch erkennt Wenn er auf dem Feld steht Aber das Problem ist, wenn er zurückkommt, steht er nicht mehr auf dem Feld Das ist das Problem So Genau, hier wollte ich gucken, was er für ein Problem hat Aber scheinbar fährt er doch weiter Aber hier diese Ecke ist viel zu spitz Das heißt, die müssen wir mal eben selber rausfahren Da haben wir auch wieder was zu tun Also es geht jetzt Schlag auf Schlag hier Das ist halt Das Problem ist halt Je länger wir diese Ecken drin haben Desto größer werden die Oder desto spitzer werden die immer wieder Und irgendwie sieht es mir so aus Als hätte er den Drescher noch nicht gefunden Seht ihr das da oben? Der bleibt immer noch bei 100% stehen Bei 100% Körner Mais Hat er also noch nicht So, meine Idealvorstellung wäre ja Dass der dann einfach hier komplett in einem Zug rumfahren kann Aber ich glaube, es wird ein bisschen schwierig Also dafür ist es wahrscheinlich viel zu eng Und das, was wir da gerade gemacht haben Macht es auch nicht besser Und was ich gerade sehe ist Der lädt nicht Doch, ich dachte gerade Ich dachte gerade, er würde mich das ganze Häcksel gut abladen Das wäre natürlich auch nicht so schön Oh, das macht Spaß Diese richtig großen Maschinen hier Die fühlen sich auch beim Fahren wieder gleich ganz anders an 10% ungefähr lässt er drin, oder was? Wollen wir mal gucken Ja Ist nicht schön Man kann es aber einstellen Man kann ihm sagen, dass er Wenn er BGA entlädt oder so Dass er dann eine andere Geschwindigkeit haben soll Oder dass er noch langsamer fahren soll Geht alles Aber wir wollen uns da jetzt nicht zu lange dran aufhalten Sprach er Und fuhr 33.000 Mal die gleiche Kurve ab Und das war vielleicht nochmal ein bisschen weiter zurück Ich glaube Also die Kurve sieht schon mal ganz gut aus Ein kleines bisschen machen wir noch Und dann würde ich gerne die Vorher nochmal einmal nachbearbeiten Macht auch einen Unterschied So die hier Und jetzt sollte es eigentlich ganz gut gehen Ja Dann müssen wir natürlich wieder hier den Was hat der jetzt? Muss er Da kommt er angefahren Der war gerade leer machen Jetzt sollte das auch wieder funktionieren hier Sehr schön Perfekt So soll es Sein Machen wir den anderen leer Und dann würde ich sagen Ich fahr mal eben die Ich fahr mal eben die Rüben weg Jetzt hab ich mir ja noch meinen Timer abgeschossen Also heute läuft es echt nicht bei mir Das heißt ich weiß jetzt wieder nicht wie viel ich schon aufgenommen habe Und muss wieder grob und wohlwollend schätzen Äh Wie lang Und überhaupt Und so So mal gucken So Also Rüben weggefahren Können wir hier schon direkt wieder die nächste Fugel rankarren Das geht also jetzt rasend schnell Dann müssen wir nochmal schauen Wie viel jetzt eigentlich in dem Silo drin ist Damit wir auch wissen Wie viel wir da noch dazu häxeln können Wahrscheinlich ist es auch schon wieder nicht zu klappen Gucken wir mal eben Genau der steht jetzt hier vor dem Vor dem Ding davor Weil der beim Wenden Nicht genug Platz hatte Ist aber kein Problem Dauert nicht mehr lange Dann geht das alles von alleine So Also hier geht weiter gehäckselt Wie gesagt wir wollen das ganze Feld nicht häckseln Aber Zumindest ein Teil davon Und wir gucken mal eben hier Genau das war mir klar Das ist immer noch so ein bisschen der Nachteil Das ist Cosplay Das will dann immer irgendwie nochmal So ein riesen Schlenker machen Um sicher richtig einzubiegen Und wenn du dann einen Wald hast mit Bäumen Ich meine Was für einen Wald willst du auch sonst haben Ähm Dann Ist halt ein bisschen eng So Dann fahren wir halt mal selber Man muss ja nicht alles automatisieren Fahren wir mal ein bisschen ab dabei Jetzt könnt ihr ja nicht Kommentare vorlesen Aber ich bin ja nicht vorbereitet Dafür gibt es ja auch das Tibi Spezial So Das ist dann immer an den Ecken hier Wo es zu Problemen kommt Immer bei den Wendemanövern auch Und Auch der fährt hier mit Autokombinen Eine schöne Spitze rein Seht ihr Gucken ob er es schafft Weil ich glaube den können wir noch wieder fahren lassen Er hat eigentlich fahren lassen Wie gesagt Na So Lassen wir ihn mal passen Ah Das Sieht gut aus So Dann haben wir hier Rüben fast schon wieder voll Genau Dann wollte ich hier Äh Da können wir eigentlich mal so langsam Aber sicher den Also da hinten diese Ecke Wo der Hof war Wo die Zacken drin sind Die haben wir ja jetzt raus Dann können wir den hier mal So langsam fahren lassen Können wir nicht Weil der fährt falsch rum Der muss nämlich jetzt So rum Dann sollte es gehen Diese Schafhörung Das irritiert mich total So genau Hier wollte ich gucken Wie es denn Aua Da bin ich voll in die Voll in dieses Ding reingelaufen Äh Wie es hier aussieht Wollte ich sagen Ähm Können wir eigentlich Dann gleich vorlaufen lassen Beziehungsweise Wir haben ja nichts Zum vorlaufen lassen Bedeutet Ich schnapp mir mal eben den hier Und da holen wir uns ein anderes Schneidwerk Und dann machen wir uns das Feld Nummer 12 noch Da habe ich noch keine Ahnung Was für ein Was für ein Fahrzeugfeder zum Abtanken nehmen sollen So schnell ist wirklich zur Straße Denn Okay bei dem Teil bringt es nicht viel Wollte gerade sagen Denn wir hatten ja schon bemerkt Dass wenn man Auf der Straße fährt Äh Das dauert ein bisschen schneller ist Aber Wenn ich mir so unten Diese Grafik angucke Die uns anzeigt Wie schnell wir denn Sind Und wie schnell wir sein können Wollen werden Dann Sagt mir das Da kommt nicht mehr viel Vorher verkaufen das Mais Gewiss Ich glaube Da werden wir eh nichts mehr mitmachen Und Dann schauen wir mal Was wir da bekommen Immer so ein bisschen komisch Wenn ich in diesem Lenkraddingen sitze Dass man dann Ja mit den Pedalen Dann auch den Den Typen steuert Sehr lustig So Schneidwerke Bla Jaguar 560 TT Das wäre zum Beispiel 7,5 Meter breite Für 12 Das haben wir wieder Dann würde es wieder nicht passen Das wollen wir ja nicht Also die 560 TT Schneidwerk Ist dieses jenes Hier welches Kleines schnuckeliges Das Feld ist ja auch nicht gerade groß Ähm Das passt ganz genau Und dann kriegen wir hier Wenigstens noch ein paar Ein paar Kilometer runter Auf unserem Äh Glasdrasher Und dann sehen wir gleich Sehen wir schon wieder Der andere Der Häckseltrecker Hallo Was ist denn da los Sehr merkwürdig So der Häckseltrecker Der muss aufgetankt werden Sollten wir dann auch tun So und das ist natürlich Jetzt besonders ärgerlich Weil das hatten wir ja Eigentlich schon mal Und da war es ein Fehlkauf Und so haben wir jetzt Einfach nochmal Einen schönen Wirklich schönen Zusammenpassenden Äh Einen schönen Zusammenpassende Combine hier Es ist einfach zu warm Zum Aufnehmen Mein Brains goes weich So Wer will nicht gerne Einen Glasdrasher haben Achso ne Jetzt muss ich erstmal Zum Auftanken fahren Mit unserem Feuerwehrauto Äh Wollen wir das denn Tilly Damit muss ich wohin Damit muss ich Den Glas Axion auftanken Jetzt praktischerweise Ist der gerade beim Ja Das Ist nicht optimal Mit diesem Auto Das muss ich schon sagen Ähm Der ist praktischerweise Gerade bei der BGA Dann wissen wir auch Ungefähr wo ja gleich Wer rauskommt Wenn ich jetzt wüsste Wie lange die Folge schon geht Dann wüsste ich auch Wie ich schon Ende machen muss Oder nicht Das heißt muss Darf Sollte Kann Und ich würde gerne Versuchen den automatisch Aufzutanken Das heißt wir fahren jetzt mal Hier vorne hin Sodass der gleich In uns Was tut er da Sodass der gleich Der uns vorbeifahren Muss Ich weiß nicht In welchem Abstand Der hier fährt Wir könnten uns Natürlich mal Über den Kurs laden Dann sehen wir das Nämlich 16 BGA Ja der wird hier sehr knapp Vorbeikommen Ja der hat immer So ein bisschen Probleme Das seht ihr Beim Abladen Der wird nicht ganz leer Huch Von lauter Schreck Schlage ich schon wieder Hier vor was Vor das Mikrofon Davor Entschuldigung So und jetzt hoffe ich Natürlich dass ich Hier richtig rumstehe Hab ich wirklich Richtig Jetzt sollten wir hier In diese Schleife reinfahren Dann können wir Zur Not ein bisschen Ausweichen So Jetzt bin ich gespannt Also ich meine Dass hier bei diesen Fässern Ich werde das sowieso Nie lernen Aber ich meine Dass bei den Fässern Die Auftankstelle ist Und Cosplay Müsste das erkennen Bist du die Frage Ob er das auch tut Ja Genau so Habe ich mir das geplant Dann können wir Den gleich noch ein Stückchen Nach vorne fahren Und dann kann der immer Dann auftanken Wenn der hier vorbeifährt Und eventuell braucht Das sind ja Sachen Die man auch beachten sollte Wenn man nur hin Für mich Cosplay macht Ja gut Also ich werde weiter Maschinen von A nach B fahren Und so weiter Und wir sehen uns In der nächsten Folge Wieder von LS15 Conquest Mein Name heißt Garderold Danke fürs Zuschauen Lasst gerne einen Kommentar Da lese ich alle Und freue mich drauf Von euch zu lesen Bis zum nächsten Mal Tschüss Jetzt will ich aber noch Eben euch zeigen Hier mit Wenn er fertig ist Mit auftanken Dann müsste er ja Was für einen riesen Tank Der hat Der müsste ja Weiterfahren wollen Und das funktioniert auch Das heißt wir können Kleines Stück noch vorfahren So Perfekt Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal